3, 2, Pokémon! Hell! Da wir Lackstack besiegt haben, ähm, können wir wieder nach Süden. Übrigens spiele ich jetzt auch mit Camtasia. Ja, jetzt höre ich mich auch selber. Und ja, ich hoffe, jetzt irritiert bin ich, wenn ich mich doppelt höre. Aber, äh... Ja, wir werden sehen, wie es läuft. Okay, jetzt setzen Morte bei 1. Level 29. Da können wir Schillock nicht verwenden, denn Schillock ist vernachtig gegenüber Lackstacken. So viel... Texo! Für Texo, ähm... Dein Lichtschild bringt dir gar nichts, ne ne ne. Okay, jetzt machen wir mal Schlitzer. Sack! Ach komm, er ist Erster. Ja, stimmt, Morte bei der Neue ist ja tief, ne? Äh... BÄM, Schlitzer! Ach komm! Naja, immerhin. Ach, bin ich froh, dass ich mein 2. gescheitert habe, weil ich hab... Ich hab jetzt eine 1.0 direkt Amor und, äh... Wenn du nichts gescheitert hast, wirst du ja... Oh, scheiße. Aha, Glutex, du brauchst noch einmal 1.0, das ist nur eine Entwicklung. Gut, ähm... Schnell, lass mal wieder, lass mal voran. Mal ein bisschen Abwechslungs ins Spiel reinbringen. Will, ähm... Greifel haben wir... RASIERPLAT! Ach, komm. Schutz vor Spezialattack. BÄM! 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 Ja, weißt du, wie Glück hat keiner? Na klar, ich schrei, hatte Angst jetzt. War aber gar nichts zu laufen, oder? Haben wir Glück gehabt? Volltreffer! Ja, das sehste, immer Volltreffer! Stromkreis unterbrochen! Gut, gehen wir mal in den Haus, was ist denn da? Mein Bruder ist der Rocki-Angler! Ich liebe den Angelsport! Möchtest du auch angeln? Hm, nee! Oh, das ist so enttäuschend! Und was willst du denn mehr machen? Natürlich! Gut, du bist sympathisch! Nimm das hier und genieße das Angelenleben! Und erhält eine Super-Angeln! Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst! Lohnziegel groß, um den großen Fang zu landen! Okay! Gut, dann testen wir jetzt einfach mal, wir haben selbst noch in diesem Let's Play noch keine Angeln eingesetzt! Obwohl wir eigentlich... Ja, haben wir jetzt auch eine Angeln! Ja, noch eine Angeln! Also haben wir es abgelegt! Ich glaube, wir haben es abgelegt, ne? Ja, egal! Nicht einmal, Alter! Schiebler, ich habe mich angehessen! Ja, jetzt hast du wahrscheinlich so ein Set verschöckerst! Der hat eine Selle-Tippe, wenn ich mich selber höre! Da muss ich mich noch gewöhnen! Äh... Oh, da hat er das angehessen! Es ist vielleicht irgendwas Abstraktes von mir, oder? Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich mich selber höre! Hehehe! Ah, Seepa! Das heißt, ich vorhin schon bei der Tiss auch noch nicht gehört! So, jetzt benutzen wir meinen Blitz-Blitz! Äh! Nicht Blitz, sondern BISS! 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 Hör, komm uns einfach mal scheiß drauf, ob wir es brauchen oder nicht! Wunderbar, Seepa, wurde gefallen! O-N Ryan, Parece, zu einem Ticknung! Seepa, Kinken! Krieg mal それ aus der Generation 1 erst ab der Crystal, Silver und Gold! Okay, das war jetzt die agisch Kurve Stunde, oder Minute! Öhm, wir gehen jetzt weiter nach unten! Oh, hier brauchen wir einen Schneider Scheiße! T Such pfff Okay, was haben wir denn? Haben wir irgendwas umzuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszuszus? Ja, wir sind dicht da, sehr schön Ach scheiße warum hab ich das Pokémon-Ding jetzt weggemacht? E-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g IST EM könneid-er! Bam! wird der Power auf der Schneider! Man weiß nie, was der letzte Fang sein wird... Und 5 Minuten, na nehm ich schon auf. Ah, das ist ein großes Campion, wo ich noch Hypercamp gewendet habe, dass man das nicht sehen kann. Aber was ich befürchtet, dass mein Sound man, äh, dass mein Sound nicht richtig mit dem Spiel synchronisiert werden kann, weil ich hab mal Campion schon vorher verwendet, um Minecraft auszunehmen, und dann wurde ungefähr nach 10 Minuten ein der Sound unsere mit meinem Gesprochenen. Ich hoffe, dass das hier klingt auch noch nicht falsch, doch dann, äh, tut's mir leid. Das ist deine Papa, doch, was ist denn das für ein Loser? 24, jetzt bitte, hätte du da doch sein können, ey. Meine Freizeit bist du blöd. Es sei ja, als du gleich krank, dann sind die Pokémon blöd. Okay, ich hab verloren! Das seh ich. Mann, wie schnell die Büchse in Japan nachwachsen sind wir alle montiert worden. Okay, Spaß bei dir. Ah, komm, mach mal ein Käse, bitte. Der Schneider! Damn! Wir sind jetzt so ein Mondstein? Vielleicht? Wir sind schon so ein Modeller, äh, Käme mal. Ja, Niederland, käme mal. Ja, Schilder, käme mal. Ja, er böse käme auch. Käme alles! Wir kennen dich wieder mit so weit zusammen gut. Ähm, ja, Ackerknall! 4. Greif wir mal mit ner Step an! Wo samma ist TAS!! Nuuuun, Emil und Mensch, kein Normaltyp! Spos? Was kommt jetzt? Dachte ich die ballin und ihr weißte Corona! Ok, drauf! Ich mach florääh! ç ikatschu ab! Tada! Ich hab ne Decken gönnen! ふ au 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 Für den Speiches sind wir schon blockiert gefaktik Schützer! Es war kein Sepport, aber egal! Volltrefferquote ist sehr hoch! Seht ihr? Okay, oh, oh, bleib ich geh! Oh man, da hab ich jetzt schon... Da hab ich vor mein... ähm... Vor meiner Pause als jetzt Player nüch mehr... NICHT gemacht! Jetzt lass ich mal neue Sprüche ein! Aua! Aua! Schützer für die Gitarre! Ja, jetzt wär's, der Käppchen ist völlig anders als sonst! Okay, zum Glück haben wir die Gitarre dabei! Gut, dass das dann gedacht haben! Okay, und jedes? Nö! Ach ja, das wollte ich euch immer zeigen und zwar kann man in dieser Edition das hohe Gras zerschneiden! Sieht dann so aus! Wir schützen viele nicht! Ich glaub in der zweiten Generation gibt's auch noch! In der dritten weiß ich nicht mehr! In der vierten geht's dann gar nicht mehr! In der fünften geht's dann gar nicht mehr! In der fünften geht's dann gar nicht mehr! In der fünften geht's dann auch nicht! Ich hab' mit einer Höhle Krabbe gefunden! Ich hab' mit einer Höhle Krabbe gefunden! Schön, ich auch! Irgendwo im Fels-Tunnel! Ich hab' mit einer Höhle Krabbe gefunden! Und dann hab' ich schon ne ganze Zeit... Ich denke, ich musste die Höhle Krabbe machen! Schrecklich! 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 Ich mach' eine Attacke mit Horn! Das ist ein Höhle Krabbe! Schrecklich! Schrecklich! So, wieder vollster vom Niemstand! Ist er immer, also... Oder, ähm... Naja, eigentlich hätte ich Ogini auch Schnabel ersetzen können, aber egal! Wegen Jörg! Naja, vielleicht wenn wir gleich sind, vielleicht im... im UL-Storm oder so, wo die... irgendeine kleine Attacke, die FP zu nötig sein kann. Aber hier gibt's den vielleicht zum... Leider, leider noch nicht, den gibt's den auch ab... der zweiten Generation. Oh man, äh... Fiffy-Fall wird nicht selbst hören. Weil der Sound ist bei mir zu verzögert. Irgendwie eine Sekunde. Wenn ich gesprochen habe, ähm... hört es in meinem Ohr an. Voll... komisch. SILBERBLÜCK! Und wir haben fast 10 Minuten. Gut, dann muss ich auch nicht nur zusammenschneiden, und es könnte vielleicht in der AD sein. Ja, sehr schön. Aber ich befürchte, wie gesagt, dass der Sound dann... UNSYNCHRON wird. Mal schauen! Wir werden es uns sehen, oder ich werde es sehen, oder ihr vielleicht dann auch. Oh Gott! Let's play, äh... das bleibt mir nicht leicht. Meine Vogel, komm mal mit den Kämpen! Und mir nennt der Meister, noch ich hab die Hühe! Äh... Mh... Ja... Mehrere Saves! Ja, jetzt können wir reichen, weil... haben wir ja eh wie die Lampen schon entwickelt. So! Wir kommen in das... Sahara, wollte ich sagen, aber wir kommen auf den Nordpol. Wir kommen auf den Nordpol. Es ist Weihnachten. Ne, Quatsch. Es ist der 28.12. Weihnachten ist schon frei! FUCK! Panzerschutz! Was soll das? Was soll ich mit Panzerschutz? Naja, ich schau mal, vielleicht hätten wir irgendwas vergessen, aber... Näh! Panzerschutz! So weit doch! Äh... Nein! Ja doch, wenn wir vergessen, wir kennen... Äh... Teckel! Teckel! Ja... Hättest du vergessen werden? Ähm... Teckel! Wir haben einen Wiss stattdessen! Die AP von Wiss gehen wahrscheinlich nie aus, weil Wiss hat glaube ich 35 AP! Oder? Schauen wir mal nach! 25? Ja, okay. Der deckt ja auch! Okay, wir kommen mit der Eifstrafe, sehr schön! Und diese Rote sind sehr viele... Ähm... Oh, ich kann ja, da können wir uns der Schilder-Effekt nur nutzen! Wiss hat er nicht zufrieden! Er erwinnt schon! Sehr schön! Nervt mich nicht! BÄM! AHHHHH! Wiss ihr mich nicht zufrieden! Wiss ihr mich nicht zufrieden! Wiss ihr mich nicht zufrieden! Er schützt mich nicht zufrieden! Und er mich gefällt! Mein Vogel kann man niemand verloren! Oha hehehehe! Er hat an der Karte geblüß! Heeeewoo, kein Handy! Schön, wirklich. Ja, oh man, jetzt fünf Pokémon. Dafür sind es aber schwächer. Ja, nein. Ja, das ist normal. Wenn es sechs Pokémon hat, dann sind die Level unter und durchschnittlich extrem unterschiedlich. Ähm... Und, äh... Ähm... Bei fünf, da sind sie auch unterlevelt. Bei drei ist es optimal. Also normales Level. Bei zwei ist es ein bisschen überdurchschnittlich. Und bei einem ist es überdurchschnittlich. So werden die Levels Pokémon gerechnet. Ja, jetzt ist es für die durchschnittliche Level so 29 bis 30. Und 24 ist unterdurchschnittlich. Ja. Ja. Eieieiei, Mathe in Pokémon. Ja, Mathe war irgendwie gut. Zwei hatte ich. War von der sechsten bis zur achten, glaube ich, der extrem schlechten Mathe. Na, hat sie nach Höhe genommen. Und jetzt... ...hat ich dann, ähm... Zwei im Zeugnis. Aber jetzt bin ich nicht mehr in der Schule. Ja. 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 Okay. Aufzüben, los. Aufzüben, los. Ja, ja, ja. Oh man, ich bin zu langsam. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir sind eingeschaltet. Monto, ich bin schon schwanger auf die Ausnahme, wenn ich sie 10 habe. Oh, ich verfalle an! 14 Minuten, genau, jetzt! Jawoll! Äh, ah, ja, das sind zwei Schönheiten. Ja, wenn die Generation die zweite, nee, die dritte, wenn die vierte meinten, wenn sie doppelt haben, dann gibt's die doppelt Kimmel. Schönheit! Halt auf Schönheit! Halt auf Schönheit! Ah, und, äh, Schürrk ist dann ein bisschen schlecht. Ähm, wenden wir mal einen Trank, kann man einen Trank? Mal schauen! Ja, wir haben einen Lübertrank, aber ich, äh, ein bisschen selten, aber haben wir vielleicht einen Schlechteren? Nee, wir haben einen Lübertrank, okay. Aber lass uns Schürrk mal ein bisschen draußen, weil, ja, in der Taka-Kwark, das ist schon mal überleben. Es sei denn, es ist Lübertrank. Eingefroren! Sehr schön! Das kann der Taka-Kwark nichts mehr machen! Die Gefrierung kann sehr lange dauern, viel länger als Schlaf oder, ähm, Verwirrung! Deswegen ist, Gefrorenlieb, der beste Status, den gibt's, äh, Schaumspendung! Jetzt war ich Gott, jetzt war ich Ratz. Ich hab's mir angefangen mit Ratsfatz zu sagen. Pfff, wer hab ich in meiner Ratsfatz zu sagen? Mit mir S nach einem Tee. Jetzt hab ich mir aber angefangen. Ich schlitte eigentlich von mir eigentlich Glück. Ich schaue, dass das Pokémon als Eichstrahl integriert. Bestrick S-F-10 hin. Pro-10! Oh mein, das hat mich hier kippt mit dem Hesse. Äh, mit dem... Ich glaub, vielleicht schaue ich das sogar aus. Naja. Mal schauen. Wenn die Offenheit besser als Normal, dann darf ich sie da nennen. Nichts, dann entferne ich's. Und noch ne Schönheit. Noch ne Schönheit, noch ne Schönheit, die wird in der Videokommen. Oh, sie hat ein Pee-Pee. Sie hat ein Pee-Pee. Ja, er ist sehr gut. Ich geh auch drauf. Ich geh auch drauf. Ich geh auch drauf. Ja, ich bitte. Ja, äh... Äh, Pee-Pee-Pee sinkt auch. Und dann sehe ich auch einfach. Vielleicht schwebt uns ein Pee-Pee-Ein. Wer weiß, wer weiß. Wenn ich mich Pokémon wäre, würde ich die Attacke flanken können. Oh, Mann. Äh... Okay, ähm... Hammer X-Preffer! X-Preffer! Ja, natürlich! Das ist nicht möglich! Wuuu! Kli-Tter! Fuuu! 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 Haben wir Glück! Yeah! Maatikon jetzt, dass wir gegen wir im Lockhart, oh Lockhart Es hört sich für mich an, als wir im Forte Na meine Witte, es gibt bestimmt Leute, die mich jetzt hassen wir euch Wegen der Sache, die ich jetzt gerade mache Naja, egal, zurück zum Spiel, es geht irgendwie zu viel für mich selber Ja, schmiert bestimmt nicht, ne? Ok, schmiert, ja, es gibt hier nicht zu viel spannende Sachen Wir kämpfen hier nur gegen einen Partner, weil das ist wie das so gut in diesem Spiel ist Ah, meine Wurden sind super cool, danke, danke Fahrtfinderin, möchte ich kämpfen? Boah, ich glaube, ich schalte echt aus, wenn ich das zusammenfass echt schön für mich Ich... FISA FLOOR Und RASIER BLAT RASIER BLAT RASIER BLAT RASIER BLAT NAY, FISU WIRD 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 WIR 24, 24, so unglaublich, ist gar nicht mehr. Oh, wir sind die 6 Pfadfinderin. Das heißt, ich bin nicht wieder cool. Das ist normal. Das hat mich noch gereicht. Und wir sind jetzt bei fast 19 Minuten. Ach, ich liebe es. Ah, ich bin nicht wieder aufgehört. Äh, darauf gekommen, kann Karte zu finden. Nein, ich bin nicht wieder aufgehört. Hatte den Mächte kämpfen? Ja, ja, schön. Topsi! 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 Ah, Pokketele! Haben wir einen? Äh, Genesung? Nein, nein, nein. Wir haben eine Freude nach den Piloten. Samm! Pokketele! Alle Schlafen, Pokkama sind ausgewacht. Sehr schön. Ja, ich schlau! Äh, naja, hat sonst keine AP mehr. Wir müssen vielleicht noch mal zurück ins Pub-Zentrum. Oder wir wechseln die Stelle. Und nicht, äh, im anderen. Warum? Nein, ich glaube, wir gehen immer zurück ins Pub-Zentrum. Ich kann tatsächlich auch schauen. Es können wir gut trainieren, weil hier sind lauter Basen, wo kann man sich nun entwickelt haben. Es wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Und das Smarty ist auch gespielt mit dem Volltapfer wieder. Ja, jetzt kommt ein Topsi, blablabla. Kennst du ja? Und dann schreiben sie sogar. Oh, nein. Tschüss. Wir sehen uns. In gammal. Nehm' mich. Na, ne. Du bist aber groß geworden. Da hast du immer deine Frustrege gegessen UF MAN MAN� 인� Ver搭tethey Heute bist du wieder ZWAUHHAHIHI! EEEEH- Hier gibt es irgendwo nicht Trämpf, ich hab deinen erst mal mit denen mit denen Eeeh, ja hier ist das HALTHIOM HUG HALTHIOM Wir haben ja auch andere Ränge, ne? Andere, wie geht's da? Menei, hier ist die Wo ist was raus? Höhere Verteidigung NERTIKATU Auf jeden Fall Was ist das? Kann man noch? Kannst du nicht mit dem Spezialangriff? Oder die Spezialangriff? 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 Gibt's hier in der Generation noch nicht? Muss man's kurz abzuholen? Okay! Ja, Pikachu ist auch nicht schlecht. Ich glaube wir geben alle Termine Pikachu. Und dann am Ende... Kürzt es vielleicht? Ja, wir laufen nur gegen 5% in den Markos und in diesem Fall fahren wir. Fahrrad! Swedish Mein M attun Was sollte Opozlinger werden? Roman White Ich hab echt noch geschмотрet' Ich schmerzt, Leute ich schmerzt, Leute, ich auch. Arsch! Wenn ich noch mehr singe, dann dürft ihr einen Daumen runter geben oder was? N-Niel, dann befehle ich's euch! Okay ... Lass uns wieder rein, alles ins D-D-D Oh nö Website! Wie kann mein Pokémon unsern hören? Die Pokémon unsern wieder finden! Ja Halt mal! Ich hab keine genug gefragt was ich will! So, wie ist der Peppel? 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 Wenn wir einmal den Rahmen mit mir auf, dann die... ...und ist ein komisch, weil wir den Anfang sogar... Achso, den kann man gar nicht ändern, okay? So, 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 so... So... Aber wir müssen wiederholen, bis jetzt gleich? Wann ist so wichtig den... ...kampasi-eäh... ...fun... die... ...die... ...kam-tasi-Funktion... ...voll aus! JЖQ Der Wir wollten einen Spiel an, leh? Wir wollten eine Spiel an, nö? Unglaublich Es ist u unglaublich Unglaublich Die für Kur Affairs werden wir eigentlich Es könnte noch ... vielleicht in 6, um Ne, 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 ne Aber warum hier noch L11 Schade Ja das machen wir jetzt noch Egal, wir haben Zeit, es ist in Let's Play, wir haben Zeit! Ich will mir eine Best-Engwie, ey! Ich will mir auf einen Fischstreck immer, dass ich mir nur eine Spill mache, weil wenn drei oder vier eine Best-Grechte auf Mamm-Up, dann... ...kommst du die Tartos rein, mit einem F***-Tartos-Tartos, leider! Das ist viel besser, wir haben keinen Stress, aber... Es ist viel besser, weil jetzt hab ich gerade vier, fünf Projekte überlaufen. Das ist ... boah, Stress, Stress, das ist cool! Sag ich bei euch... Also wenn wir in der Best-Sizeit sind, dann wieder Kämpchen spielen, mehr Refold-Tank gleichzeitig zu machen, wenn ihr viel Zeit habt. Wenn ihr zum Beispiel Ferien habt, oder so. Dann könnt ihr vielleicht zwei Projekte machen, oder wenn Fröhlichkeit auch drei. Ich hab fünf Projekte auch. Scheiße, welche hab ich am auf? Yu-Gi-Oh! Mindstroke! Mach ich ja lang, dann weiß ich irgendwie... ... öh, was noch, was noch, was noch, öhm... Team Fortress 2, Endosbroek, öhm... Ja Pokémon, öh, Geld und, öhm... Was darf ich noch aufnehmen? Liegt noch, 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 noch... Eeeeeeeh... Boah, keine Ahnung... Oder bin noch ein Fuss, oder bin noch vier! Ich weiß gar nicht, oh, man! Ich bin so schlau! Naja Naja, Pokémon Schwarz hab ich noch drauf Äh, soll ich drauf machen? Aber es ist glaube ich gerade passiert, weil noch ne Umfrage laufen Lauf laufen Am Laufen? Jetzt was dann Und der Ball ist am Anfang nicht mal, wenn ich die Gelde fertig erweite So, aber dann muss ich Yu-Bi-Oh machen Also nach der Aufnahme mache ich Yu-Bi-Oh Das schauen die meisten von euch an Danke übrigens Ich hab so ein paar Fahnden aufgesucht Das ist die Mission weit von meinen anderen Fahnden Danke nochmal Danke dafür Oh Gott Vielleicht nehme ich Strick und erhänge mich Wenn es noch länger zu kommen Ja, 4 Minuten habe ich hinter mir Das war's hier Das war's hier Null Null Scheiße Das war's hier Ich bin noch nicht gut am Weiß ich gar nicht mehr. Attacken, ich weiß die auch nicht so. Ich weiß die ersten, zweiten und dritten. Generell weiß ich alle Attacken. Äh... Die es gibt. Die Attacken... Boah, ab der dritten sind. Aber ab der vierten und dritten weiß ich gar nicht mehr so richtig. Haben auch sehr viele dazu. Spiele, Spiele, Spiele. Nein, nein. So, Sauna, Sauna, Sauna. Taubsee! Ja, und wie ihr seht, können wir uns klatsche optimizieren. Nein, nein, ich bin nicht weg. Da bin ich nur scheinlich verzippt. So, Sauna, Blitz. Und jetzt Taubsee ist... GESCHÜSSSE! Hab ich gesagt, der ist der Vogel. Der ist der Vogel, der ist der Vogel. Der ist der Vogel. Der ist der Vogel. Lauter Vögel, meine ich. Wo ist er, ey? Ey, habe ich verflugt... Ich bin froh, ich bin wieder anfangen, Ich bin froh, ich bin wieder anfangen, Ich bin tot. Ich bin tot! Der bin zu etzig! Oh hier noch einer, ich glaub das ist ein Biker, ja? Was schaust du so suche, was wäsche! Wäsche, wäsche? Ich hab hier keine Wäsche, nur meine kleine Wäsche, nur meine kleine Wäsche, ich sag sage... Moment die Wäsche, äh... Bei mir zu Hause kann ich die vielleicht später gehen! Ah, Donald ist auch noch 6 AP! Ich schätze, dass wir keinen Elixir oder Elixir mehr haben! Nichts vergessen, nicht vergessen, nichts! Smog hat eine Vielfalt von 30%, glaub ich. Ich hatte mal im Blick auf die... die, die, die... Schauschen, auf einem von den Schauschwecks nachgeschaut und Smog ist die aller höchste von jeden Attacken, Schaden Ne, dann gehts ja noch hoch, schlapp und so, aber es hählen wir nicht Genau So, dann ne Blitz Sobide wollt ich anfangen Schlimm, schlimm, schlimm So, Smogon down Okay, noch mal rein, ich hoffe ich schaff das noch Ähm, Kampf endet, er macht 20 Sekunden Schnell, schneller, schneller, ansonsten müssen wir den Kampf stopp machen Ja, okay, dann klickt ihr oben links, da ist der nächste Part und wir sehen uns in unserem Weg wieder Servus!